Die Kanadierinnen rangierten in Position 2, jetzt kommen aber die Neuseeländerinnen wieder stark auf, genau auf Höhe des Brotslagerplatzes, also ein englischsprachiges Trio hier im Verfolgerwollet, nämlich die Neuseeländerin Kanada und Großbritannien. Die Neuseeländerin waren in der Zwiedersprache aus Edema und in der Nachtsprache, in der 4.6. Die Neuseeländerin sind in der Ede, in der 3.0 und in der 3.0. zwischen Zentrum und Großbritannien und Kanada in der 4.0. Die VICE-Europäische Champions waren nicht verstanden, hier in der Leid. Die Neuseeländerin haben sie verpasst auf eine 8.5-mal. Come on, K-Ways! ...of this race, but now New Zealand has taken second position from...